Das Gumball-Meet bei Manchester in England ist ein Treffen von Besitzern teurer, getunter Luxuswagen. Natürlich werden diese Gefährte dann auch auf den öffentlichen Straßen vorgeführt. Passanten haben Videos davon auf YouTube hochgeladen. Die übrigen Verkehrsteilnehmer müssen in dieser Zeit mit zusätzlichem Stress im Straßenverkehr rechnen. Und nicht immer haben die Besitzer ihre teuren Gefährte vollkommen unter Kontrolle. Dem Fahrer dieses Mercedes-AMG ist glücklicherweise nichts passiert. Peinlich für den Mann, sein Missgeschick wurde aus vielen verschiedenen Winkeln gefilmt. Untertitelung des ZDF.